Was ist denn, Schätzchen? Ist das mehr, als du erwartet hast? Weniger? Nein. Aber was dann? Es ist eine Mitgliedskarte für ein Jahr im Verein Kochen ohne Fett. Oh Gott. Clarky, das ist etwas, wovon man das ganze Jahr zehren kann. So ist es, Edward. Ja, hast du recht. Es tut mir so leid, Clarky. Das ist der schlimmste, gemeinste Schlag ins Gesicht, den ich je bekommen habe. Verflucht doch mal! Mein Junge. Das ist toll, das ist toll. Das ist echt toll. Hey! Wenn einer nach einer Letzte-Minute-Idee für ein Geschenk suchen sollte, ich habe eine. Ich wünsche mir, dass Frank Shirley, mein Boss, heute Abend hier wäre. Ich wünsche mir, dass er aus seinem Feiertag schon mal drüben in der Melody Lane mit den anderen reichen Saftköpfen gerissen wird und dass man ihn hierher bringt. Auf dem Kopf eine große Schleife. Und ich will ihm in die Augen sehen und ihm sagen, was für ein Elender, Billiger, Verlogener, Mieser, Verdorbener, Boshafter, Angeberischer, Schleimiger, Inzüchtiger, Dreckiger, Aufgeblasener, Ignoranter, Blutsaugerischer, Widerwärtiger, Schwanzloser, Hirnloser, Hoffnungsloser, Herzloser, Glotzäugiger, Fettärschiger, Pittliger, Steifbeiniger, Völlig verblödeter, Haufen Affenkot er ist. Halleluja, das ist ein Ding. Wo sind die Valium?